Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer esskalten Folge von Flaschentrieb. Wir bedanken uns bei der Impro-Theater-Gruppe Die Fette Christa für diese Nominierung oder wie Anna Fenninger sagen würde, zu dieser Nomination zur ALS Ice Bucket Challenge. Wir haben gespendet, tun Sie das auch. Und um uns für diese unglaubliche Wasserverschwendung, die gleich folgen wird, zu entschuldigen, haben wir auch an Viva Con Agua gespendet. Bevor wir dieses Gemetzel beginnen lassen, wollen wir unsere Nomination bekannt geben. Genau, die Nomination. Das ist zum einen Franz Fenninger, zum zweiten Urban T. Stargard und zum dritten von Bein und Co. Hans Martin Gesellmann. Gut. Wie geht der Spruch? You have 48 hours for your ALS Ice Bucket Challenge. So. Lasst jetzt das Gemetzel beginnen. So. Das ist der Kuhn. Okay. Okay. Okay.